Herzlich Willkommen hier bei der zweiten Episode des We Love MMA Podcasts. Ich melde mich wieder nach einer sehr, sehr tollen UFC Fight Night. Heute Nacht hatten wir Marlon Morales vs. Corey St. Hagen und im Co-Main-Event Edson Barbosa vs. Makwan Amir Kani. Aber wir müssen auch einmal kurz über die Prelims sprechen, denn Joaquin Buckley hat einen der besten und beeindruckendsten Knockouts aller Zeiten abgeliefert. Das Ganze war im Endeffekt ein Spinning Back Kick, aber auf eine ganz besondere Art und Weise, wie er festgehalten wurde und so weiter. Die UFC hat das Ganze auch sehr oft auf Twitter gepostet. Das heißt, falls ihr Twitter Nutzer seid, schaut am besten mal auf dem Twitter Account der UFC nach. Dort findet ihr den Knockout in voller Länge. Lohnt sich auf jeden Fall, diesen noch einmal reinzuziehen. Und dann spreche ich ein wenig über Edson Barbosa. Und ich möchte gar nicht allzu viel über den Kampf an sich sprechen, sondern über Edson Barbosa, das Ende seiner langen Durststrecke und über das Ergebnis. Edson Barbosa sah in diesem Kampf wirklich sehr gut aus. Er sah auch in den letzten Kämpfen schon gut aus und hat die letzten Kämpfe einfach verloren. Split Decision hier, Split Decision da. Und hätte er diesen Kampf theoretisch wieder verloren, hätte er die dritte unglückliche Niederlage nacheinander. Es ist immer schwer, im Profikampfsport über unverdiente Siege zu sprechen. Es gibt nur unglückliche Punktentscheide, denke ich. Und Edson Barbosa hatte leider zweimal hintereinander so eine unglückliche Decision. Jetzt ist er aber wieder zurück und Edson Barbosa hat gezeigt, dass er es noch drauf hat und dass er es noch will. Das ist ein tolles Zeichen. Vielleicht sehen wir tatsächlich ja den Kampf gegen Paul Felder. Er sagt ja zu Paul Felder, er soll vom Kommentatorenpult aufstehen. Sie machen ihren Kampf jetzt gleich, er fühlt sich noch fit. Und dann freue ich mich doch tatsächlich auf die Zukunft. Edson Barbosa, den darf man nicht abschreiben. Den darf man wirklich nicht abschreiben. Dann kommen wir zum Main Event. Marlon Morales vs. Corey St. Hagen. Ich wurde überrascht. Einmal natürlich durch einen wunderschönen Knockout. Es war im Endeffekt ein TKO, denn dieser Highkick hat Marlon Morales nicht ausgenockt, sondern eher einfach nur zu Boden geworfen. Aber es gibt sehr viel Kritik, dass dieser Kampf zu früh gestoppt worden ist. Prinzipiell ist das auch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bin ich auch jemand, der schaut es sich dann mehrmals an, um dann selber urteilen zu können, war das jetzt zu früh, war das nicht zu früh. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, okay, ein Mark Goddard, der hat weder die Möglichkeit, sich da erstmal fünf Minuten Gedanken drüber zu machen, noch kann er sich irgendeine Wiederholung anschauen. Sobald er sieht, Marlon Morales fällt zu Boden, schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, wann breche ich den Kampf ab? Dann gab es nun mal dieses Ground and Pound, auch wenn es nicht wirklich viel war. Der Kampf wurde abgebrochen. Absolut nachvollziehbar in meinen Augen. Ich denke nicht, dass der Stoppage zu früh war. Ich denke, es war früh. Ich glaube aber nicht, dass ich Marlon Morales da noch befreit hätte. Und Leute, ganz ehrlich, das Bantam-Gewicht, das wird richtig, richtig spannend. Das UFC-Bantam-Weight wird unfassbar spannend. Denn warum? Wir haben jetzt einen Elgermain Sterling. Wir haben einen Pjotajan als Champion. Elgermain Sterling als Number-One-Contender. Und natürlich wäre das in der MMA-Mathematik ein bisschen schwierig, hätte Marlon Morales jetzt gewonnen. Denn wir müssen uns mal anschauen, Marlon Morales hat Elgermain Sterling ausgenockt. Sollte jetzt also ein Elgermain Sterling, wenn Morales gewonnen hätte, vor Morales den Titelshot bekommen, jetzt ist es ziemlich sicher, dass Marlon Morales einen Titelkampf bekommt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, egal was Dana White sagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC da auch eine kleine Überraschung plant. Wir haben zwei Optionen. Wir sehen im Januar Pjotajan kämpfen, aber nicht gegen Elgermain Sterling, sondern ich werfe mal einen vergessenen Namen in den Raum. Am 18. Januar läuft die zweijährige Doping-Sperre von TJ Dillashaw aus. Dem damaligen König des Bantam-Gewichts. Und natürlich ist das immer schwierig, darüber zu sprechen, dass er der König war und unfassbar gut war, wenn man weiß, dass er wissentlich gedopt hat und sich EPO indiziert hat. Nichtsdestotrotz hat er eine gewisse Leistung gebracht, von seinem kleinen Ausflug ins Flyweight zu Henry C. Hoodo runter. Darüber brauchen wir nicht sprechen, aber im Bantam-Gewicht, da hat er die Leute zersägt. Und im Januar darf er wieder kämpfen. Ist aber auch krass. Wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich zwei Jahre sind, auch bald, also in drei Monaten halt, das ist, also mich beeindruckt das schon ziemlich, wie schnell auch die Zeit vergeht und so weiter. Und TJ Dillashaw kommt zurück. Die Frage ist, okay, bucht man jetzt TJ Dillashaw gegen Corey St. Hagen? Vor allem, weil St. Hagen einfach noch Zeit braucht. Er wird, denke ich, nicht im Januar schon wieder kämpfen. Oder bucht man TJ Dillashaw versus Piotr Jan. Im Januar. Zeitlich würde das passen. Jan hat vor ein paar Monaten gekämpft. Ich denke, das wäre auch ein großer Kampf. Das ist da aber auch ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie sehr die Fans darauf Bock haben. Haben die Fans Bock auf Piotr Jan oder haben die Fans doch eher Bock auf TJ Dillashaw? Bei manchen ist TJ Dillashaw unten durch. Andere sagen, er wird wieder zurückkommen, er wird wieder Champion und so weiter. Ich freue mich auf sein Comeback, auch wenn ich da doch eher neutral an die gesamte Sache gehe. Aber das Band am Gewicht wird einfach spannend. Wir haben vielleicht irgendwann wieder einen Cody Garbrandt. Wir haben einen Dominic Cruz, der vielleicht auch kämpfen möchte, wenn er nicht gerade gegen Referees hat, wir haben einen TJ Dillashaw, Elgermaine Sterling, Piotr Jan. Und vergiss mir bitte Jose Aldo nicht. Ja, dann blicken wir mal zur nächsten UFC Fight Night rüber. Endlich sehen wir hoffentlich Brian Otega vs. Chan Sung Jung, Korean Zombie. Brian Otega vs. Korean Zombie, das wird natürlich ein spannender Fight. Brian Otega hat das letzte Mal gegen Max Holloway gekämpft. Ja, so lange ist er schon nicht mehr da. Zwischendurch hat er gekämpft. Das war, ich weiß nicht mehr bei welchem UFC Event, aber da, ich erzähle es mal so, wie ich mich daran erinnere. Da war Korean Zombie zu Gast bei einem Podcast und hatte eben einen koreanischen Musiker als Dolmetscher dabei, weil Korean Zombie selber nicht so gut Englisch spricht. Und dann hat der Dolmetscher eben etwas übersetzt für ihn. Normales Trash Talk gegen Brian Otega. Und dann gab es mal ein UFC Event. und Brian Otega saß neben Korean Zombie oder bei Korean Zombie und dessen Dolmetscher. Stundenlang alles tutti, alles okay, nichts ist passiert. Dann geht Korean Zombie auf die Toilette und dann konfrontiert Brian Otega doch tatsächlich den Dolmetscher und er soll, da soll wahrscheinlich auch eine Hand geflogen sein. zumindest wird das so berichtet. Während Korean Zombie auf die Toilette geht, nutzt Brian Otega seine Chance und konfrontiert er den Dolmetscher. Müsst ihr einfach mal schauen. Könnt ihr googeln, die Geschichte, die ist tatsächlich so passiert. Ist aber auch schon einige Monate her. Kurios, auf jeden Fall ein toller Aufbau eines Kampfes. Ich denke, dass Korean Zombie Brian Otega überrollen wird. Wir haben Korean Zombie jetzt auch gegen einen Frankie Edgar gesehen. Der Typ ist Wahnsinn. Der Typ ist der absolute Wahnsinn und ich hoffe wirklich, dass das ein geiler Fight wird. Ich erwarte einen geilen Fight. Wir haben ebenfalls Jessica Andrush gegen Kathleen Chukagian. Super nicer Fight. Wir haben Cyril Gane oder Kirill Gane. Ein Newcomer im Heavyweight, den man auf jeden Fall beachten muss. Wir haben Thomas Almeida. Wir haben Matthäus Gamrot. KSW-Zuschauer werden ihn kennen. Also Leute, die kommende Fight Night ist auch wirklich, wirklich geil. Natürlich allen voran das Main Event. Brian T. CT Ortega versus Chan Sung Jung Korean Zombie wird ein super guter Fight. Ich bin mal gespannt. Nicht mehr lange, dann sind wir auch schon beim nächsten UFC Pay-Per-View und zwar Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje. Aber bis wir soweit sind, haben wir noch diese Fight Night vor uns. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Episode des We Love MMA Podcasts und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.